Aber hier ein Höhen-Problem. Hm. Mal das mal gucken. Ich wollte gerade sagen, ich habe wieder irgendwelche Probleme, aber ihr wusstet einfach nur nicht, wo ihr hin sollt. Auch gut. Genau so möchte ich eigentlich nachher auf meine Mauer. Wobei das war sowieso falsch, was ich da geplant hatte. Eigentlich möchte ich ja, dass meine Mauer hier eine Einbuchtung hat, genau. So. Hier dann bitte die Unterteilung. So, dass dann hier die Treppe hoch auf die Mauer führt. Wofür das ist, werdet ihr dann später sehen, wenn es soweit ist. So, wir können die Treppe hoch und es schnell wieder machen. So, wir werden hier lernen. So, wir haben hier das letzte Mal und so ein Mal. So, wir werden die Treppe hoch, aber alles zusammen im Hals. So, wir werden die Treppe hoch. das wäre die so wie es mir vorstellen würde also hier geht es natürlich weiter links und rechts das brauchen wir nicht unbedingt auch wenn er uns das vorschlägt noch bessere idee ein bisschen rum und sachen auszuprobieren so also da kommen die türen habe ich nur so als platzhalter ich kann auch bessere hinten machen sie vielleicht besser aus als die beiden ein brauche ich hier auf die mitte und dann brauche ich die elplex so so oh das zu bauen wird lustig okay da brauchen wir dann doch eine t-plug so ungefähr hatte ich mir das vorgestellt äh nein das wollte ich eigentlich nicht übernehmen na wieso kann ich dich nicht zillig so gut 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 Planen wir schon mal hier den Flatten-Task. Planen wir schon mal hier. Planen wir schon mal hier. Ah, Baum nimmst du nichts auf. Das finde ich ja schon mal interessant. Okay, du haust einfach weg. Was passiert, wenn ich dich in einem neuen Task zuweise? Nichts. Ah, interessant. Ah, ich verstehe warum. Weil die Stockpiles voll sind. So, dann gehen wir wieder an die Arbeit. Ah, das ist ja schon mal. So, dann gehen wir wieder an die Arbeit. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, letzte Ebene So, letzte Ebene So, letzte Ebene So, letzte Ebene Bis zum nächsten Mal. So, schicken wir schon mal einen hier oben. So. Ihr fangt hier. Und du, solange es geht, machst den Block mal weg. Den. Und den. Weißt du, was mach auch hier unten ein bisschen weg. So, jetzt kannst du hier hoch. Die holen jetzt fleißig hier Steinchen. Anfüllen auf. Ja, das große Film beginnt. Oh ja, den kann ich löschen. Kann eigentlich schon mal den nächsten planen. So, mal kurz gucken. Der Stein markiert immer da, wo es anfängt. Also es geht von beziehungsweise wo es endet. Es geht immer von hier bis hier. Das heißt, der hier geht von hier bis hier. So, die richtigen Böe. So, die Treppe hier drüben. Und fertig. Und fertig. So, die Treppe hier drüben. Okay. Das war's. Das war's. Ja, guck mal, wir haben schon 600 Steine verbraucht. Kommt Leute, schafft ein bisschen schneller. Das sind einfach solche Momente. Die könnte man sich in einem Evasion oder einem Conquest Match nicht leisten. Wenn sie auf einmal ein paar Sekunden dastehen und nichts tun, während man unter Zeitzwang ist. Das ist das, was ich ja mal schade finde. Dass so was passieren kann. Das ist das, was ich ja mal schade. Vor allem gibt es sicherlich effektivere Methoden, als ständig rückwärts zu gehen und den Block wegzuhauen, auf dem man gerade stand. Das ist das, was ich ja mal schade. 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 Das ist das, was ich ja mal schade.